Ich lerne Deutsch. Nummer 14.616 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist alles eine Frage des Selbstvertrauens. Aber auch das kann man lernen. Es ist alles eine Frage des Selbstvertrauens. Aber auch das kann man lernen. Es ist alles eine Frage des Selbstvertrauens. Aber auch das kann man lernen. Mit diesem großen Tablet kann ich viel besser arbeiten. Aber es ist auch sehr teuer. Mit diesem großen Tablet kann ich viel besser arbeiten. Aber es ist auch sehr teuer. Begeisterung ist der Wind, der das Feuer der Leidenschaft entfacht. Sein politischer Standpunkt ist sehr konservativ. Er hat eine politische Einstellung, die traditionelle Werte und Normen bevorzugt und Veränderungen eher ablehnt. Niemand weiß, was ich denke, und das ist auch gut so. Niemand weiß, was ich denke, und das ist auch gut so. Niemand weiß, was ich denke, und das ist auch gut so. Wissenswert ist, dass die einzige bekannte natürliche Mumie einer Dinosaurierart, der Nodosaurier, über 110 Millionen Jahre alt ist und gut erhaltene Haut und Panzer aufweist. Wissenswert ist, dass die einzige bekannte natürliche Mumie einer Dinosaurierart, der Nodosaurier, über 110 Millionen Jahre alt ist und gut erhaltene Haut und Panzer aufweist. Diese Information ist faszinierend und gibt Einblicke in die außergewöhnliche Erhaltung fossiler Überreste. Die Zahl der Schmiede ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Die Zahl der Schmiede ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Schmiede ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Vielen Dank.